Man muss es langer machen. Sebastian! Ja! 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 Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir haben ein paar geile Challenges für euch vorbereitet. Vielen Dank nochmal an POMA. Jetzt seht ihr die Teamkonstellation. Ich spiel mit Sebastian. Ich spiel mit Marco. Und die erste Challenge ist ein FIFA 23-Games. Und dann zocken wir eine Runde im Football Now. Die zweite Challenge ist ein Spiel. 22 Euro? Ja. Okay, los geht's. Wir müssen das machen. Keine Worte. Keine Worte. Sebastian, geh! Geh, geh, geh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du bist nicht so schnell! Sebastian, nein! Ich bin so schnell, man. Wir machen Grinny. Warum sind wir so offen? Nein! Wer pennt denn da hinten? 1-0! Das ist ein Spaß für mich! Das ist die Entscheidung von so offen! Das ist ein Schuss! Das ist das. Der Mann hat in der Courtreter. Der Mann hat das Gefühl für mich. Das ist nicht fair, das ist nicht fair. Trivella, Trivella! Ich sage dir, mit diesem Spiel ist es zu easy zu scoren. Was macht der Tor, Italien? Der Grecke, man, kurzer Fosten. Kannst du das gleiche machen? Vielleicht. Die Qualität war da. Es war glücklich, aber es steht 1-0 für die Jungs. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was die wirklich am Ball können. Und dann schauen wir mal, wie gut ihr die Bälle wirklich in die Tore schießen könnt und am Ende wer gewinnt. Ziele! Eins! Ziele! Ziele! Eins! Mit links! Drei! Fünf Sterne Reekwurst! Ah, der war schlecht! Vier! Mach ich! Fünf! Sechs! Da, da, da! Sieben! Acht! Mit links! Ja, oder rechts! Nein! Eid! Oh, Eldos ist nervös! Ich sehe es! Ist nervös! Komm mal, komm mal, komm mal! Uh, der war... Richtig Fuß, ne? Ja! Wichtig! Wichtig! Acht! Ja! Zehn! Ja! Wichtig! Ey! Hey! Oh, jetzt, 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 jetzt! Ja, noch mehr Zeit lassen, ey! Komm! Ja! Richtig gewonnen! Sechs! Sechs! Zwei! Sechs! Das ist ein Verlust! Sechs! Sechs! Der Ball ist da, ey! In der Mitte gibt es mir hier! Wir haben den Ausgleich geschafft, Entscheidungsrunde. Das gleiche, Ball stoppen. Aber jetzt müssen wir oben reintreffen. Ach du Scheiße! Nein! Ach du Scheiße! Yes! Das ist gut! Ah! Ah! Yes! Zwei! Nein! Nein! Das gibt's nicht mehr! Das ist gut! 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 Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Das war ein tolles Spiel! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Ja, Leute! Danke fürs Zuschauen! War eine geile Challenge! Danke nochmal an Puma! Bis bald! Peace out! Bis bald!